Rosa. Ich glaube, du heißt Rosa. Woher weißt du das? Nun, Rosen sind schön. So wie du. Vielleicht habe ich aber auch Dornen. Macht's das nicht umso spannender? Wisst ihr, dass wir drüben in dem Berg ein riesiger Goldschatz leben sollen. Und wieso hat diesen Goldschatz bisher noch keiner gehoben? Der Schatz dem Berggeist gehört. Ein Berggeist also. Den will ich sehen. Ich hatte so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Rübezer. Die Herranten dringt in dein Reich ein. Sie stiehlt dir dein Gold. Gib es hin. Ich soll ihn also vergiften. Prost, Rübezer. Was habt ihr mit ihm gemacht? Du bist nicht einfach nur ein Jäger, nicht wahr? Du bist nicht einfach nur ein Jäger, nicht wahr? Oder wer war ihren Freund. Alma.